Bitte Stefanie, du hast das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, ihr seht schon, ich habe mir keine Zettel mitgenommen. Es wird wahrscheinlich keine sieben Minuten dauern. Ich möchte mich nur sehr kurz vorstellen, weil ich tatsächlich heute noch nach Hause muss, weil ich eine ganz wichtige Aufgabe habe. Ich muss nämlich noch eine vegane Geburtstagstorte für meine Tochter backen, die seit sie freitags immer demonstrieren geht, muss ich ihr jetzt eine vegane Geburtstagstorte backen. Also ich glaube, da passiert wirklich was. Die Kids meinen es wirklich ernst und wir sollten an ihrer Seite stehen. Ich bin die Sprecherin des Kreisverbands Leipzig. Meine Themenfelder habe ich in meiner schriftlichen Bewerbung euch dargelegt. Und im Anbetracht der Zeit möchte ich euch einfach jetzt in Ruhe lassen und hoffe, dass ihr noch die Liste gut und quotiert voll macht, weil das ist dann tatsächlich der Grund, warum wir Frauen uns hier nochmal hinstellen, weil es uns wirklich wichtig ist, dass wir mit einer bis zum Ende quotierten Liste in den Landtagswahlkampf gehen. Vielen Dank.